Hallo meine Lieben, ich wollte heute für einen Auftrag, beziehungsweise ein Geschenk, der aufgetragen war, eine Oreo-Keks-Mold machen. Und zwar wollte ich einen Oreo-Keks-Anhänger machen und deswegen wollte ich den Oreo-Keks so realistisch wie möglich aussehen lassen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Oreo-Keks-Mold. Also ihr braucht dazu Oreo-Kekse, eine Schere für die Oreo-Keks aufzumachen, ein Dotting-Tool, Fimo für die Mold, also ich benutze immer Fimo für die Mold, das geht bei mir eigentlich relativ gut, dann ein Messer oder eine Rasierklinge, Kreide, ein Pinsel und etwas um die Kreide abzuschaben. So, dann fangen wir doch mal an. Das hier ist so eine kleine Packung Oreo-Kekse. Und hier sind diese Oreo-Kekse drin, weil die haben so ein ganz bestimmtes Design. Ah, die sind glaube ich von beiden Seiten gleich. Ja gut, ich dachte schon, ich müsste zwei Molds machen. So, dann brauchen wir das Fimo. Ich weiß, sie müssen ein bisschen weich geknetet werden, das ist schon ziemlich alt, deswegen ist es ein bisschen hart. Obwohl ich habe gerade überlegt, ob ich mir die Mold nicht aus Fimo Air machen soll. Das geht auch manchmal ganz gut. Aber ich entscheide mich jetzt für normales Fimo. Ein bisschen ausrollen. So. Jetzt müssen wir den schönen, schönen Oreo-Keks Größe passen. Ein bisschen, ja, unappetitlich machen. Denn wir machen da jetzt Kreide drauf. Wir wollen ja nicht, dass der Keks festklebt. Oh, das haftet gut am Teig. Wie schade. Der schöne Keks. So. Jetzt haben wir das hier lackiert. Also beziehungsweise kreidiert. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und jetzt drücken wir den Keks in die Mold. Und ich glaube, er ist gerade gebrochen. Jedenfalls hier oben sind Stücke abgebrochen. Muss ein bisschen drücken. Oh, die Creme quatscht hier raus. So. Dann lösen wir das Ganze mal ab. Und wir haben hier einen schicken Oreo-Keks. Eine Oreo-Keks-Mold. Ja, jetzt müssen wir das Ganze nur noch backen. Und dann können wir das abdrücken. So. Ja, dann macht es gut. Tschüss. Musik